Mein Name ist Marc Wiebel, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Good Life Sports und das ist unsere Story. Bereits seit Kindesalter bin ich im Studio unterwegs. Meine Eltern hatten selber ein eigenes Fitnessstudio und meinen ersten Lattzug habe ich im Alter von fünf Jahren gemacht. Ich habe Fitnessökonomie studiert. Fitnessökonomie ist eine Mischung zwischen Sport und BWL und bin seit dem Jahr 2008 in der Fitnessbranche tätig. Ich habe als Aushilfe begonnen und mich in meiner Tätigkeit meiner Zeit dort bis zum Bezirksleiter für Süddeutschland hochgearbeitet. Meinen Traum, ein eigenes Fitnessstudio, habe ich mir im Jahr 2014 erfüllt. Es ist mitten in der Dame in der Innenstadt. Das ist für ein Fitnessstudio ein ganz besonderer Platz. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Der Name Good Life Sports ist entstanden, dass wir alle Mitglieder gefragt haben. Jeder konnte einen Tipp abgeben, einen Vorschlag abgeben. Es wurden insgesamt über 500 Vorschläge gesammelt. Einer davon, der uns am besten gefallen hat, war eben Good Life. Somit haben wir das Ganze gerebrandet und Good Life Sports aus Easy Sports gemacht. 2017 hatten wir dann durch jahrelangen Fleiß, Arbeit und die Unterstützung und den Rückhalt unserer Mitarbeiter und Mitglieder die Möglichkeit, ein zweites Studio in Hohenems zu übernehmen und konnten so das Good Life Sports Hohenems eröffnen. Good Life Sports Hohenems hat uns bereichert mit vielen neuen Mitarbeitern, neuen Mitgliedern und so konnte die ganze Unternehmensgruppe wachsen. Wir sind ein junges, motiviertes Team. Unser jüngstes Mitglied ist gerade mal 16, unser ältestes Mitglied 91 Jahre alt und wir unterstützen dich beim Erreichen deiner Ziele. Wenn du das willst, gerne mit Betreuung, mit dem Trainingsplan, mit allem drum und dran. Du kannst aber natürlich auch selber trainieren kommen und alleine dein Training bei uns durchziehen. Wir verbessern die Clubs regelmäßig, wir investieren regelmäßig in die Clubs, haben immer wieder auch neue Geräte angeschafft, um dein Trainingserlebnis noch weiter zu verbessern. Ebenso verbessern wir die Betreuung kontinuierlich und haben vor zwei Jahren bereits eine Trainings-App eingeführt und betreuen unsere Mitglieder auch digital. Du hast jederzeit die Möglichkeit auf deinen Trainingsplan zuzugreifen und auch mit deinem Trainer in Kontakt zu treten. Wir sind nicht perfekt, aber wir tun unser Bestes und wir bieten dir ein ehrliches Training im Zentrum von Dornbirn und Hohenems an. Jung und Alt haben die Möglichkeit bei uns zu trainieren und wir unterstützen dich bestmöglich beim Erreichen deiner Ziele. Mein Team und ich können's kaum erwarten dich kennenzulernen. Schau jetzt auf unsere Homepage und melde dich bei uns. Bis bald!